Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Auto aus Yenoglu. Mein Name ist Okanarichi, ich präsentiere Ihnen heute diesen Audi A5 mit LED-Tagfahrlicht, 17 Zoll Alufelgen, Blinker an den Außenspiegeln, Komfortzugang und Komfortsitzen, sowohl auch das Lederlenkrad. Zu der Innenausstattung von dem Fahrzeug gehört unter anderem die Lichtautomatik, sowohl auch Tempomat und Limiter, das Multifunktionslenkrad, Freispecheinrichtungen, die elektrische Parkbremse, das Navigationssystem, die Sitzheizung und sowohl auch die Klimaautomatik. Ich hoffe, mein Video hat Ihnen gefallen. Gerne würde ich mich für meinen Besuch bei uns im Auto aus freuen. Yenoglu. Autohaus Yenoglu, die Familie Yenoglu und ihre Teams vom Verkauf und der Mehrmarkenwerkstatt freuen sich auf Ihren Besuch.